die braucht kein Mensch aber ich habe dafür ich suche einen anderen Gegner vielleicht taucht er irgendwann mal auf ich kann immer noch nicht rauben ich muss also das mit dass ich nicht rauben kann oder generell die die ganze Abilities die muss ich alle noch lernen das ist noch sehr anstrengend und ich möchte ganz mal so ein Level 100 Kampf bestehen das wäre mal ein toller ne tolle Geschichte was ist hier ach die schon wieder ja das sind genau die die ich nicht brauche ja komm die Tüte nun mal schnell mit physikalischen Angriffen also nee sie kommt die mein Freund Udi danke Udi hallo schmaui super und die beiden Dinger sind schütteln hallo in der dritte um wieder mal zu schrauben um ja ja doch m da hat er der dritte m m m ich befürchte ich kann hier noch 100 Jahre herumlaufen wird wahrscheinlich der Gegner in der Suche nicht kommen weil es sind wir die lustigen Kampffische natürlich sind wir lustigen Kampffischer Alter machen wir mal Yvonne so jetzt schauen wir mal das Miefeld und wirklich komplett auf komplett anfallen ja mehr 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 da wäre jetzt ein Cheat Controller praktisch 147 ja es könnte durchaus sein dass es sehr stark sein könnte oder? Nein wir bleiben bei normalen Angriffen ja gut hauptsache sie kommen alle mal aus dem Sand raus ich sag mal so AP mäßig sind ja die nicht schlecht weil die bringen 9 AP 9 AP hört sich wenig an nicht so viel machen die? Ne die machen nicht viel Schaden ich hasse euch Gegner ja genau Angel Sturm ja es ist schön dass jetzt diese blöde diese dumme Töle so oft vorbeikommt bringen wir auch fast ganz ja ich muss sagen irgendwie mit den Waffen das ist immer so eine Sache hier mit dem Balancing und so weiter und Schieber werden wir auch anfeuern können das schaffen nämlich ganz ganz toll ganz viel la 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 warum mach ich das eigentlich bis jetzt noch nie gemacht das anfeuern das muss man ja mit irgendjemandem erklären weil ichяхneJa �igkeit und so weiter na 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 weil das ist wirklich blöd das man da行er ja und alle 3 sind es gefällt mir dass ganz besser Uiuiuiui, Pandemona beherrscht Erstschlag. Das hört sich ja prinzipiell nicht schlecht an. Können wir das koppeln? Gucken, wer hat das jetzt? Ne, die nicht. Die hat lieber HP plus 10 Milliarden oder so. Der hat ja viel HP plus 20. Was ist das? Man kann den Kampf als erstes Zuschauer, finde ich nicht schlecht. Das machen wir doch einfach mal. Ach, der ist schon wieder. Ach, der ist schon wieder. Da funktioniert super mit Erstschlag, habe ich das Gefühl. Schlitz tot. Ja, klar. Hätte überhaupt nichts aus. Da zahlt sich ja das Laden des Kampfes nicht mehr aus. Zumindest bekommen die GF 1 AP ist ja auch schon mal viel wert. Äh. Aber das ist ein blöder Kampf nicht kommen kann. Oh. Ich habe mal wieder Geld. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay gut. Banararara. Na. Na, da. Aber ich glaube jetzt echt, ich gehe jetzt auf die... Auf so eine Level-100-Insel. Ja, wir kommen immer wieder dieselben Viecher. Die scheiß Dinger hier. Sorry. Ja, und ja, Eisenschneid ist okay. Es ist echt jetzt etwas sinnlos. Komm, das ist wirklich... Oh, doch, wahrscheinlich ist es jetzt genau das Vieh, was ich suche. Kann ich mir jetzt mal fast nicht vorstellen. Aber... Nee, natürlich nicht schon wieder meine beiden Freunde. Na gut. das gut ist dass die beide mit einem Schlag tot sind von dem her so, ja, toll, ne? Ja, super, also rein in die Highwind, äh, in die Highwind sind schon, nein, ich meine natürlich in die Rang noch rein da und wir düsen los du 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 das ist das ist so, das ist egal, Badia, diese hässliche Stadt so, wo ist das hier, wo wir vorhin waren, doch war das hier, da wäre, gar nicht mehr sicher könnte sein, ne? Ah, das Tor in die Hölle. Doch, genau, das war's. Der Name ist nämlich hier Programm. Und die Frage ist jetzt, ob ich hier von den Gegnern mehr oder weniger erhalte. Ich weiß es ja nicht. Rinoa, mach gleich mal hier Cerberus, bitte. Scroll darf es gleich mal... Nee, Shiva. Und Scroll gleich mal... Oh. Tut der weh, meint ihr? Ach nee, ist nicht so schlimm. Aber nach Höllenwache werde ich eben mit Scroll gleich mal Brot, das mal drei zaubern. Dann warte ich hier auf mit Scroll. Hat der überhaupt Brot, das wird viel nicht mehr... Na ja doch, noch genügend. Damit wir diese Speed dann einfach alle mal töten können. Genau. So, Triple, Brot ist mal... Zack, 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 zack. Gut. Rinoa sollte dann... Ja, Diabolos, habe ich gehört, sollte sehr gut sein. Ah, Grendel ist das. Moment, Grendel sagt mir was. Irgendwas ist mit Grendel. Und dem kann man, glaube ich, irgendwas Tolles stehlen. Ja, die Drachenzähne könnte man von dem Ding stehlen, die wir eh nicht brauchen. Ja, das ist böse. Stimmt, das war alles Vieh, was mich je vorhin auch getötet hat. Ja, komm, der schaffe trotzdem. Okay. Das war's für mich. Ja, vielleicht sollte man da, ja gut, 9.900, das ist so ungefähr, das ist echt interessant. Hauch, ja, Hauch ist jetzt nicht so tragisch. Die Frage ist echt, ob ich da jetzt irgendwas habe davon, wenn ich das Vieh töte, obwohl es 70 Level über mir ist, weil es ist auf Level 100. Ich sollte hier ja eigentlich mit Alexander angreifen, ja, Ivi bringt genau gar nichts, also 700 irgendwas ist es ja weniger als gar nichts. Komm, probieren wir mal den normalen Angriff, vielleicht ist es stärker, man weiß ja nicht. Nein, das ist ja auch fast gar nichts. Ja, interessanterweise Diabolos fegt Volles. Oh, wow, naja, gut, ich meine im Vergleich zu, ja, machen wir mal Tomberry, komm. Und Alexander, der sollte eigentlich vollfahren. Und Alexander, der sollte deshalb ganz besser sein, wenn ich ihn mit dir dreieげte. Und Tiger. ıma一點. Ich meine. AufGI. Na. Sind. Genau. Ja? Mit Spaß erlauben wir uns natürlich noch mal. Oje, oje. Nicht immer auf die Arme entschärfst. Muss ich ja direkt noch mal im Stall raushauen. Küchenbesser? Ach, ich freu mich schon. Tomberry, dumm, 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 dumm. Ja, 480 Jahre, nee. Bleibe ich lieber bei den Angriffen und bei Booten des Schattens. Wobei, wie gesagt, Alexander sollte ich auch ganz gut so. Na, schau. Falls ich noch so. Ich bin noch mehr. Magie ist ein Ding! Soll, wir sind in den Verkaufeln. An der Verkaufelniyer sagt ins Spiel. Sollte aus. Sollte aus. Versuch wie wir ihn nicht gewonnen haben? Nöger, nach der Angriffen Sollte aus. Sollte aus. G Premieren, aus. Sollte aus. Tollte aus. Sollte aus. Sollte aus. guter Zauberlob sich das aus der Wahrscheinlichkeit nicht weil ich glaube ich nicht dass ich hier mehr erfahrung deshalb bekommen aber dass die sich die ja gut 1100 2 Ja, das ist nicht schlecht. Na doch, das ist nicht schlecht. Wenn es bei den APs jetzt auch noch so gut läuft, dann hätte ich kein Problem damit. Na ja, sechs APs sind nicht... Nein. Mir wären ja die APs wichtiger. So, okay. Jetzt machen wir aber eines. Jetzt werden wir hier ganz kurz Gegner 50% reinschmeißen. Statt AP plus 20. So, okay. Damit wir... Weil die Gegend heißt nicht umsonst das Tor in die Hölle. Ach ja, kommt schon Kampf. Ich hab zwar Gegner 50%, aber es kommt gleich am Anfang Kampf. Das ist ja super toll. Ach, zwei von denen gleich. Ja, das ist auch nicht schlecht. Na gut. Dann sollten wir vielleicht hier doppelt vorsichtig sein. Und jeder sollte hier mal seine, äh, Protes-Skills ausrüsten. Ja, ich sehe nur 3.400, das ist nicht so schlimm. Alter. Ähm, Protes. Und du machst gleich mal deinen Diablos, bitte. Ja gut, zwei von denen, das zahlt sich dann schon mehr aus. So, dann machen wir nochmal Protes. Alter, alter. Und gleich mal Vigra. Ganz schnell. Ja, ungefährlich sind die Viecher nicht, das muss man schon sagen. Also, vor allem jetzt ist Quall quasi fast tot und Xell auch. So. Boote des Schattens. Ähm, kann ich den eigentlich schon anfeuern? Nee. Ich glaube, den kann ich nie anfeuern. Wenn sie mir den vernichten, die Gegner, dann habe ich auch ein Problem, weil ohne den, na, wird das eher lustig. Aber es wäre mal interessant, dann hätten wir mal eine Runde, wo wir einfach, einfach mal lockerflockig alle unsere Chairs vernichten. Nämlich alle. Ja. Das ist interessant. Auf einmal 9999, na gut, warum nicht, ne? Vigra! Hey! Wie soll jetzt auf einmal 9999? Das irritiert mich jetzt. So, machen wir nochmal Vigra jetzt auf die Lieberin Rohr. Nein. Vigra auf... Squall, ja. Wir müssen unbedingt Dablos gucken, dass der wieder geheilt wird. Ja, ich habe übrigens so viel zum Erstschlagskill, ne? Ja, ich habe ganz kurz trinken müssen. Ja, wir sollten die Angreifer eigentlich draufkommen, der haut einmal Alexander aus, nur weil es mich interessiert, wie stark der jetzt wirklich ist. Er sollte auch nicht schwach sein, so theoretisch. Aufgrund der Zusch February, dann könnte ich gut sein. Die Psycho-Föhne aus der Art am Ende der hashtags. Wiegt euch, dann? Weil ich nicht mehr Leute auszetten. Tja. 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 Weiß man nicht, ne? Ich glaube immer noch das Diablos hier irgendwie verpfuscht ist mit dem, mit der Präfnis her. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil irgendwie alt bei Diablos ist das Gefühl, dass der bei jedem Gegner voll super funktioniert. Wirklich bei jedem. Ist krass. Tja! der Fall ist sicher was wir hier gerade machen kann es leider selber nicht genau sagen so ungefähr aber ja man merkt war so stark das müsste ich eigentlich ordentlich Sachen erhalten ja zwei Levels für jeden Skoller hat sogar drei erhalten Kampfbrocken ja es ist schön jeder Chef steigt den Level das ist prinzipiell nicht schlecht so ne wir machen jetzt was anderes komm wir machen jetzt hier ich wollte ja hier drawlen genau Erzengel gefunden hey Skoll super hier werden nicht voll viel draw Punkte aber wie gesagt wir machen was anderes wir werden nämlich jetzt hier runterfahren weil ich will nicht leveln ohne möglichst viele Chefs zu haben und da unten gibt es noch einen ich glaub zumindest der ist doch ich bin mir jetzt gar nicht sicher ist der den wir sehen uns auf jeden Fall hier mal um und irgendwo hier sollte einer mich Thank you es ist über Power Wir haben wir sehen uns auf jeden Fall noch ich es nicht das wir Estás